So, setz mal deinen Dings hier hin. So, setz dich mal direkt vor die Wand und ich drücke dann. Ne, direkt vor die Wand, da oder was? Okay, fertig? Jo. Und los. Ne, warte. Ich komm mich an an den Knopf. Musst du lieber machen. Das ist ein Scheiß. Nein! Oh Gott. Ich bin... war nicht mein Fehler. Das Level nervt. Entschuldige, du musst dir eben meine Nase putzen. Was auch immer du gemacht hast, du hast kein Glimmerzeug da. Ne, warum nicht? Weiß ich nicht. Hab's doch drauf gedrückt. Irgendwie... Keine Ahnung. Das ist dumme Rumgesprünge. Geht mir auf die Nerven hier. Meine Güte. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das stimmt so ein Battle-Spiel-Community-Matcher. So, draufdrück. Jetzt kommts. Dagegen und jetzt rüber. Ich glaube, du verlierst zu viel Zeit, indem du die Portale schießt. Ja, ich muss die ja schießen. Ja, du musst im Sprung die Portale setzen. War zu spät. Ja, ja, viel zu spät. Ja, ich seh das ja nicht. Lass mich das dann machen. Man kann sie auch im Sprung setzen, glaube ich. Ja, das wollte ich gerade ausprobieren. So einfach. Ja, jetzt... du musst deine Portale da noch hinsetzen. Da ist kein Klipperzeug. Oh, jetzt hat... was? Da ist kein Klipperzeug. Von der Fall ist. Zurück! Äh... Jetzt. Jetzt. Das wird knapp, ey. Oh, hier unten drücken, ne? Ja. Und die Gegenhauten. Nein, es war das Falsche! Aaaaah! Gott, nochmal. Was ist das denn eigentlich? Weiß nicht. Die Eck. Ich setze nicht wieder das Falsche. So, warte mal. So und so. Deins war... Deins war... Du bist zu schnell durch. Das Zeug muss erstmal in den Strahl rein. Dein Portal ist weg. Jetzt darfst du. No! Fuck! Ich glaub, das können wir gleich nochmal machen. Das ist ja so nervig. Ach nee. Hör auf! Jetzt darfst du nicht überlegen. Ich werde schon. Das kann man immer mit dir nicht verpassen. So los. aber die andere frage ist wenn das da rauskommt wo wollen wir da oben überhaupt hin da direkt rüber äh ich glaube wir hängen jetzt schon eine Stunde an dem Lappen komm mal rüber bitte hier ist auch noch eine Portalfläche, hier unten ja, die habe ich gerade mitgekriegt drück mal den Halter achja, boing und dann rüber sind fast nicht blöd ja einfach wenn es auch kompliziert geht, so wie komme ich jetzt rüber ich bin nicht drüben achso, bist du nicht? ne da bist du da ist ja auch noch nicht gut ne, das ist gerne ne, wir brauchen das Gel dagegen hallo alter hat Spaß? ne das muss so gehen, das geht nicht probier du das mal ne, ich probier es mal ne, ich probier es mal ne, ich schaffst du nicht wir müssen das Gel dagegen kriegen was nützt uns das denn? ja dann fliegen wir weiter, wenn wir dagegen springen ne, wir können ja gar nicht ach, man ey zu spät das nicht komm mal geh nochmal da drauf ne, schaffst du nicht ich glaube, ich hab ne andere idee ja, ich komm mal wieder rüber, ne ja du lässt dich doch nicht mal da oben hin und mach mal da ein dunkles Portal gegen genau ach ne hier ist noch der Strahl vielleicht können wir den ja nehmen irgendwie grad extrem gelackt das ist ne idee ja, das weiß ich dass das ne idee ist also das mal und dein rotes unten und dann durch das gelbe durchfliegen guck mal, ob das klappt von der ja so, jetzt muss ich noch rüber ich tue nie mi gusta ja dein rotes ist da unten, ne du musst dein gelbes irgendwo hinsetzen damit ich rüberkommen kann was ich muss da irgendwie rüber was äh äh kann hier drauf nirgends noch hinschießen außer auf die Standardflächen gehen toll und da oben gehen, wo mein gelbes ist also ich kann auch nicht mal den Draht hier abgreifen dann würfel du oder sowas irgendwie äh, hier ist nur ein Schalter ja, dann drück den mal passiert dann? äh, wir können zurücklaufen ja ach so ach so wir können jetzt zurück oder was? ja ach das waren die beiden gedrückt da oben ja genau war das nicht zwei? nehm mal eine hast du beigedrückt? nehm mal eine oh, ich bin gestorben so und jetzt ach so ich warte quatsch da stimmt was nicht die Tür sollte sich öffnen ja schlecht verarbeitet, ne? naaa gehört die Kamera zum Schloss? was ist mit der Kamera? versucht es was denn? ich hab keine Ahnung ja auf hier geht nicht nicht aufgeben halt's Maul soll ich mal winken? ich dachte sonst was dann rein Orange, was hast du gemacht? Blue macht dasselbe wie Orange ah glaub ich jetzt ja nicht, ne? was ist mit der Kamera? los geschafft Och Gott, ey die 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 nicht voll vom Traum ab Freunde wir haben's ich hab keinen Ton im Intro oder Video ja, Ton aber das ist ganz ganz leise du bist wahrscheinlich daran, dass es auch leise ist ja, dann müssen wir den Spaß als moderieren äh mach mal Zwift Laute Black Screen ja und und wen finden hier schmolle eng umschlungen mit waskes ja glaube ich auch oh gott tristan wir haben gekämpft wir haben so hart gekämpft so hat gefällt wir haben jetzt allein für diesen paar zwei stunden gebraucht ich glaube allein davon ist eine stunde lang nur dieses level ich glaube auch oh gott das ist ein unbeschreibliches das sieht irgendwie so ein bisschen nach matrix aus ich bin eher so ein bisschen wie die island oder so ich bin nervlich körperlich fix und fertig ich bin ein psychisches fragt die roboter gehen mir auf den keks ich werde nach von der computer stimme träumen aber es bräuchtest du mal als wecker ja aber es war unser erstes display und du bist kaputt das sieht nur so aus oh gott gucken was jetzt noch kommt ich bin alter fühlst du ich genauso wie ich gerade ja ich fühle mich eigentlich hauptsächlich wie ein nervliches wrack von dem spiel durch weg bis in jedem level hin verarscht wie homer simpson sagen würde homer simpson entschuldigung oh was ist das jetzt hier sehen wir die akten ein homer simpson wollte was sagen alter äh warte mal äh wie homer simpson sagen würde soziale inkompetenz ich habe es vergessen ja soziale inkompetenz ich mag es nicht ich wills gar nicht beschreiben also wie viele leute sich mit a mitgearbeitet haben oh jetzt b ja brendon idol und brendon reinhardt und brett english hast du gesehen caroline müller die randtappe jetzt sagen würde astramon wenn die das entwickeln willst du mir gar nicht ausmachen ne walf ne ja walf hat das entwickelt leute der Let's Player jetzt zum Ende ist. Wir haben uns vorhin schon so überlegt, was wir als nächstes zocken sollten, wollen, haben, müssen zu tun. Gedenken. Gedenken, genau. In stillen Gedenken an Portal 2. Oh, still ist es nicht, dass wir etwas anders glauben wollen. Ich habe hier nicht gesehen, dass ich eine Katze als Schallnippe auf die Waffe geschrubt habe. Guck mal, da oben bin ich. Die Straßennutte. Mirko, zu dir kommen wir erst noch mal knapp. Oh nein. Wenn wir hier bei M sind, dann steht der und so. Mikro hier. Ja, heute übrigens Special Guest Mirko, einer der coolsten Leute bei uns im Clan. Danke, danke. Sag mal was. Oh, stop it. Ja. Ja, wie ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, war ich auch in anderen Videos dabei gewesen, zum Beispiel Minecraft, beziehungsweise waren auch Werke von mir zu sehen. Also ich war nicht selbst dabei, hier im TS, sondern nur mitgebaut. Ja, was kann ich überhaupt nicht sagen. Ja, ich komme aus dem Süden, umsprünglich aus dem Osten. Gleich und nur hier. Und, ja, also, ich schaue mir auch gerne die Videos von Tristan und Guido gerne an. Und, ja, schaut es euch auch selbst täglich an. Ja, komm, reicht jetzt. Okay. Okay, ja. Ähm, nee, was ich ehrlich sagen wollte, wir haben uns heute damit behalten, was wir als nächstes zocken sollten. So, Kohop, Multiplayer, whatever. In der engeren Ausfall sind Wet Faction, Armageddon, Cain & Lynch und, das war das andere, Payday. Payday, der hieß. Die hieß, genau. Ähm, wir werden das morgen spontan entscheiden, was dann letzten Endes kommt, werdet ihr dann ja sehen. Genau. Tristan, abschließende Worte. Ähm, wir werden immer noch ganz geflasht von diesen Namen, die da dran glauben. Ja, was soll ich sagen, alles wurde gesagt. Oh, Ich hoffe, das... Das ist ein Zeichen. Ja. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, uns bei dem absolut totalen Versagen zuzugucken. Thorsten Scheuermann. Und Tristan Redford. Wow. Und Vita League Hanking. Ja, genau. Und Badeschint. Gut, das reicht zur Akte der ersten Pass. Seidkopf. So, wollen wir mal gucken, was jetzt noch kommt. Seidkopf, Voices. Gnados. Alan McVale. Where's Wheatley. Und wer's Craig Stenson. Das ist doch der Kleine aus dem Singleplayer, ist das nicht der? Ah, guck mal, wir wurden beide vom selben Spiel gesprochen. Haben wir jemals ein Wort gesagt? Er soll die zwei. Ja. Face Model. Das ist ein Schrank. Ah, die Mucke erinnert so ein bisschen an 80er Jahre, 8 Bit 8 Bit Space Invader Action Terminator. Dell. Dell. Oh. Sam Ray, kennt jeder. NASA, na klar. Ja. Du willst durch? Die Mucke wird leiser. Vielen Dank fürs Teilhaben in diesem Ernötigstment Center. Ja. Activity. Hey. Portal. Hey, Convetti. Whatever. Ja. Oh, Ladebildschirm. Schon wieder. Das haben wir ja gar nicht oft gesehen. Also das war mit das meiste, was mich genervt hat. Ständig diesen fucking Ladebildschirm zu sehen. Ganz ehrlich. Bin ich mal gespannt, was jetzt noch irgendwie auf uns wartet. Was hatte ich Hauptmenü? Vielleicht wird ein Gewinner gekürt oder was weiß ich. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ja, wir fallen. Glückwunsch zur erfolgreichen Rückkehr ins Zentrum. Von hier aus können Sie alle abgeschlossenen Tests erneut absolvieren. Okay, danke. Komm, wir fahren vorne an. Wir nach. Ja, wir fangen, wir fangen, ja, wir fangen von vorne an, Gido. Sprich mal hier rein. Okay, warte, warte, warte. Wachen wir ein Ausflug, Tristan? Ja klar, in den Tod. Ich will nach diesem Spiel nicht mehr leben, nicht mehr. Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Äh, das nennt man's G. Leute, mit diesen Worten verabschieden wir uns von Portal 2. Genau. Haut rein! Tschüss! Tschüss! Äh, Fight it! Vielen Dank.